Te Gurudev Seid alle herzlich willkommen zum Live-Video heute Abend. Ich habe heute ein Video von jemandem auf Facebook gehört, wie er über Beziehungen sprach. Grüße dich Alexa und all die anderen Lichtwesen. Wir sind alles Lichtwesen. Deshalb sind wir hier, um zu erkennen, zu realisieren, dass wir reine Lichtwesen sind. Und Beziehungen sind wunderbar. Um zu erkennen, ob man ein Lichtwesen ist oder ob man noch etwas Evolutionsarbeiten leisten muss. Um zu erkennen, dass man ein Lichtwesen ist und auch um zu erkennen, dass wir das reine Bewusstsein sind. Und dafür ist das Leben da. Dafür haben wir uns inkarniert. Haben schon viele Geburten gehabt. Und möchten jetzt endlich unsere wahre Natur kennenlernen. Und unsere wahre Natur ist das reine Licht. Das reine Bewusstsein. Und das Video, was ich heute Nachmittag gehört habe, hat mich inspiriert, etwas über Beziehungen zu sagen. Das Video ging auch über Beziehungen, über Freundschaften, Begegnungen. Und da habe ich dann gleich einen Text zugeschrieben. Den könnt ihr dann auch unter meinem Video finden. Du kannst keine wahrhafte freundschaftliche Beziehung mit jemandem haben, der noch ganz in seinem Ego verstrickt ist. Die Kernausdrücke von dem Satz sind Keine wahrhafte Keine wahrhafte freundschaftliche Beziehung Das Wort wahrhaft Darum geht es. Wahrhaft Keine Beziehung, die auf Lügen aufgebaut ist. Wie es leicht passieren kann. Wenn man ganz noch in seinem Ego ist Das Ego Können wir es kurz machen Das Ego Ist doch jetzt Ist ja selbst eine Lüge Das Ego ist ja nicht real Das Ego Das Ego hat sich Haben wir uns selbst geschaffen Jeder Jeder schafft sich sein Ego Durch seinen Verstand Durch sein Denken Durch seine Ideen Durch seine Vorstellung Durch seinen Anspruch Der Handelnde zu sein Und solange wir In unserem Ego verstrickt sind Ist es gar nicht möglich Eine wahrhafte Freundschaft zu haben Weil das Ego ist nicht wahrhaftig Jetzt müssen wir mal untersuchen Was heißt wahrhaftig Wahrhaftig heißt ehrlich Wahrhaftig heißt Im Einklang mit den Naturgesetzen Oder anders gesagt Im Einklang Mit dem göttlichen Willen zu sein Und das können wir nur Wir können nur Im Einklang mit dem göttlichen Willen sein Der göttliche Wille Sind Die Gesetze Die Gott geschaffen hat Die Naturgesetze Die das ganze Leben Entstehen lässt Aufrechterhält Aufrechterhält Und wieder Auflöst Und solange wir im Ego sind Haben wir gar keinen Nerv Haben wir gar kein Kein Verstand Im Einklang mit Gottes Willen zu sein Weil Wir sind nicht offen für Gott Wir haben uns Von Gott so weit getrennt Dass wir nicht wahrhaftig mehr sein können Das Ego ist nicht wahrhaftig Weil das Ego Nur sich sieht Das Ego sieht Nicht die Ganzheit Hat keine Ganzheitliche Wahrnehmung Warum? Weil es immer Beschränkt Begrenzt ist Auf ein Objekt Zum Beispiel Auf deinen Partner Wenn du ganz verknallt bist In deinen Partner Ganz verliebt Dann siehst du nur deinen Partner Und handelst vielleicht nur für deinen Partner Das ist natürlich wunderschön Für deinen Partner Aber irgendwann geht das auch in die Brüche Weil Dem Partner zu viel wird Weil Das ganze Umfeld Das ganze Umfeld Die Freunde Die Verwandten Die Eltern All die auch zum Leben gehören Die kommen alle zu kurz Wenn man So verknallt ist Und sieht nur seinen Partner Und deshalb Machen ja alle Die Erfahrung Wenn man So ganz verliebt ist Dass man nach kurzer Zeit Spürt Spürt Oh Das Verliebtsein Hört plötzlich auf Wo ist die Liebe geblieben Die da vorher war Ja aber das nicht funktioniert Dieses Verliebtsein Weil Dieses Verliebtsein Eine ganz große Begrenzung Für beide ist Für den Liebenden Und derjenige Der die Liebe verschenkt Also für den Liebenden Und derjenige Der die Liebe empfängt Und das ist ein Wechselspiel Man gibt Und empfängt Man gibt Und empfängt Aber Solange Das Ego Noch da ist Ist dieses Geben Und Nehmen Das Nehmen Und Geben Ein Geschäft Weil das Ego Ist nicht frei Von Bedingungen Das Ego Möchte Immer etwas Zurück haben Wenn es etwas gibt Wie ein Geschäftsmann Der bringt Er bringt eine Leistung Und dafür Möchte er bezahlt werden Und das ist In der Liebesbeziehung Die auf Der Grundlage Des Egos Ist Genauso Das Ego Das Ego Möchte immer Gesehen werden Das Möchte Wertgeschätzt werden Das Möchte Gehört werden Aber Das Ego Ist nicht in der Lage Zum Beispiel Wenn du einen Freund hast Und der ist ganz im Ego Der ist gar nicht in der Lage Dich zu sehen Dich zu hören Dich zu fühlen Mit dir zu sein Bei dir zu sein Weil Sein Ego Das nicht zulässt Das Ego Ist auf sich bezogen Und nicht auf den anderen Du kannst das sehen Bei deinen Freunden Schau mal Wenn ein Freund Zu dir kommt Und dann sagt Zu dir Hallo Wie geht's dir Und du anfängst Zu sprechen Und sagst So wie es dir geht Dann Merkst du Der Freund Ist gar nicht da Er kann Gar nicht da sein Weil er Mit sich selbst Beschäftigt ist Das Ego Ist immer mit sich Selbst beschäftigt Deshalb kann Ein Ego Mensch Dir gar nicht Zuhören Egal was du Magst Egal was du Sagst Der Ego Mensch Ist nicht In der Lage Das auch gut Zu verstehen Der ist gar nicht In der Lage Ganz bei dir Zu sein Das ist kein Böser Wille Er kann Es nicht anders Und deshalb Wird er immer Auch wenn ihr In Kontakt Seid Und miteinander Seid Dann wird er Immer Versuchen Die Aufmerksamkeit Auf sich Zu lenken Irgendwas Hat er wieder Neues Erlebnis gehabt Das muss er Unbedingt Mit teilen Weil er Das Erlebnis Nicht selbst Verarbeitet hat Das heißt Du bist immer In irgendeiner Form In einer Opferrolle Wenn das Was dein Freund Dir sagt Nicht mit Deiner eigenen Natur In Übereinstimmung Ist Das heißt Wenn du Ein sehr Spiritueller Mensch bist Dann möchtest du Immer so Gespräche Über Gott Über Bewusstseinszustände Über Liebe Über Entwicklung Über Evolution Und all die Dinge Die dich in deiner Eigenen Entwicklung Weiterbringen Haben Du möchtest In deiner Entwicklung Voranschreiten Du möchtest Dieser strahlende Engel sein Du möchtest Erwachen Du möchtest Erleuchtet sein Und wenn der Funke Bei dir einmal Übergesprungen ist Dass du Erleuchtung Haben möchtest Das sind all diese Anderen Gespräche Über Irgendwelche Weltlichen Erlebnisse Wie Coronavirus Jetzt Ständig Mal ist ja ganz gut Aber ständig Diese Wiederholung Oder Beziehungsgespräche Wo der Partner Immer versucht Seine neuen Beziehungen Dir Mitzuteilen Die sich ständig Nur wiederholen Wo nichts Neues ist Sind alles Wiederholungen Oder Geschäfte Wieder ein neues Geschäft Gemacht Ganz begeistert Wieder ein paar Euros Extra verdient Das muss man Unbedingt teilen Das sind alles Dinge Die für jemanden Der auf dem Weg Des Erwachens Ist Sind Dinge Die nicht Erfüllung bringen Die nicht Frieden bringen Und dann ist das Beim Ego Immer so Der möchte ja nur Gelobt Anerkannt Und anerkannt Und wertgeschätzt Werden Und wenn du jetzt Aus der spirituellen Seite sagen würdest Jetzt zu deinem Ego Freund Hör mal Das ist doch alles Vergänglich Ist es nicht viel Schöner Zu meditieren Sich Mit dem reinen Wissen Auseinander Zu setzen Das ist ein Schock Für jemanden Der im Ego Ist Weil Durch solche Gespräche Durch solche Ausrichtung Auf das Wissen Das Ego An Boden Verliert Das Ego Möchte sich Erbrüsten Und von der Spirituellen Seite Ist das Brüsten Nicht mehr Notwendig Da muss sich Niemand Brüsten Niemand Muss sich Im Mittelpunkt Stellen Das Ego Ist immer Interessiert An Gewinn An Erfolg An Wertschätzung Und all diese Dinge Dinge sind für jemanden Der auf dem spirituellen Weg Sind oder auch Erkannt hat Noch besser Wenn jemand In sich erkannt hat Was Das reine Bewusstsein ist Was Das Selbst ist Wenn jemand Sich selbst Realisiert hat Das heißt Er weiß Wer er ist Er erkennt Ach Ich bin ja gar nicht Der Körper Ach Ich Die Welt Ist ja gar nicht So real Wie ich sie Immer Gehalten Habe Das ist ja alles Vergänglich Und mit der Erfahrung Des reinen Bewusstseins Sagst du dann Oh Da ist etwas In mir Das ist immer Da Das geht gar nicht Weg Natürlich am Anfang wird es Immer so sein Dann Meditierst du Und dann Erfährst du So das reine Bewusstsein Und dann bist du Ganz beglückt Und dann kommst du Raus Und dann denkst du Oh wo ist es geblieben Schon wieder weg Ich möchte das gerne Wieder Ja und dann Meditierst du wieder Und dann merkst du Mit der Zeit Dass dieses reine Bewusstsein Was du nur In der Meditation Anfangs erfährst Dass es immer Da ist Ja und dann Bist du Gegenwärtig Dann bist du In der Präsenz Dann bist du Im Hier Und Jetzt Und im Hier Und Jetzt Gibt es kein Ego In der Präsenz Gibt es kein Ego Im reinen Bewusstsein Dann gibt es kein Ego Dann bist du Immer mit dem Was ist Wenn du vorher Bevor dir Das klar war Bevor du Noch nicht so Stabilisiert Was in dem Reinen Bewusstsein Dann bist du Immer wieder In die Rolle Von Ping Pong gefallen Das heißt Dein Freund Sagt dir etwas Und er sagt Boah Das stimmt für mich nicht Nein Das ist falsch Das sehe ich Ganz anders Und der Freund Wenn er nicht Im reinen Bewusstsein Ist Dann wird er Genau darauf reagieren Und sagen Hör mal Ich habe das doch In den Schriften Gelesen Das hat doch mein Meister gesagt Ganz klipp und klar Verstehst du das Das ist ja nicht Da haben wir doch schon So oft drüber gesprochen Ja und dann geht das Immer so hin und her Und man dreht sich Im Kreis Und kommt in seiner Entwicklung gar nicht Weiter Da ist kein Ja Da ist keine Liebe Da ist keine Kein Vertrauen Das Ego Kann gar nicht In der Liebe sein In der wahrhaften Liebe Das Ego Kann gar nicht Im Vertrauen sein Nicht im Vertrauen Mit sich selbst Und somit Auch nicht Im Vertrauen Mit anderen Der andere Der pickst zwar immer Da wieder rein Wo der Ego Mensch jetzt ist Und sagt Hör mal Lies doch mal Die Bhagavad Gita Da steht das So und so drin Oder hör mal Ich erfahre Aus meinem Reinen Bewusstsein Das so Und das ist nicht so Wir müssen nicht Immer im Pingpong sein Sei doch mal still All das sind Worte Der Vernichtung Für das Ego Und da gibt es nur Kämpfe Wenn der Ego-Mensch Nicht offen ist Für Spiritualität Und das ganze Leben Ist Spiritualität Alles was wir tun Und machen Ist alles Spiritualität Weil Weil die Evolution Möchte Dass wieder nach Hause kommen Dass jeder Wieder zu sich selbst kommt Und Diese Gespräche Die Pingpong-Gespräche Das sind meist Gespräche Die uns mehr In die Maya Mehr Das ist so ein Ausdruck Maya Das heißt Das ist etwas Was nicht wirklich ist Was nicht real ist Also diese Ego-Menschen Die bekämpfen sich Verteidigen sich Gehen im Widerstand Sind überhaupt nicht In der Präsenz Und so Entfernen sie sich Immer weiter Von ihrer eigenen Waren Natur Die eigene Waren Natur Ist wahrhaftig Die eigene Waren Natur Ist Liebe Unbegrenzte Liebe Das ist die Liebe Die einfach da ist Die kennt Keine Probleme Die kennt Keinen Widerstand Sie ist mit dem Was ist Zufrieden Und die wahre Liebe Möchte sich auch Ausdrücken Das ist ihre Natur Die wahre Liebe Möchte sich immer Ausdrücken Und Das ist wie eine Blume Die wachsen möchte Die erblühen möchte Genauso ist das Mit der wahren Liebe Die wahre Liebe Die Natur Der wahren Liebe Ist dass sie Sich mitteilen möchte Damit andere Die noch nicht so In ihrer wahren Liebe Sind Auch in die wahre Liebe Kommen Sich erkennen Ihr selbst Realisieren Und Im Fluss Der Evolution Sind Das heißt Sie sind ganz Ihrem Denken Und ihrem Fühlen Mit Gott Das ist schon so Wenn du in der Wahren Liebe bist Und du sprichst Dann bist du ja Du bist gar nicht da Ich sage zwar Es war ein bisschen Kompliziert Ist außerdem Du sprichst Dann nicht mehr Die wahre Liebe Ist die Stille Die ist nur die Stille Um sich selbst zu erfahren Kommt sie zu dir Zu mir Zu uns allen Und sprich durch uns Das heißt Wenn du so in der Liebe bist In der wahren Liebe Du bist in der wahren Liebe Du bist die wahre Liebe Das ist nicht jemand anderes Nicht der liebe Gott Oder sonst jemand Du bist die wahre Liebe Wenn du dein Selbst Realisiert hast Wenn du Im reinen Bewusstsein Gegründet bist Wenn du immer Gegenwärtig bist Wenn du immer Gegenwärtig präsent bist Da bist du die reine Liebe Aber die reine Liebe Erfährt sich nicht Die braucht ihren Ausdruck Und das ist der Grund Weshalb die wahre Liebe Sich ausdrückt Durch dich Durch mich Und wenn du Wenn das Ego So stark ist Dann kann die reine Liebe Sich nicht vollständig ausdrücken Das ist zwar auch etwas Wahre Liebe da In jedem Ego Ist auch eine gewisse Form Ein gewisses Quantum Und wahre Liebe da Aber Das ist denn so wenig Dass es nicht Immer in der positiven In ihrer Positivität bleiben kann Weil das Ego Im Widerstand Und in Opposition Zu wahren Liebe ist Weil das Ego Lebt in der Angst Und wenn das Wenn die wahre Liebe Sich jetzt breit macht Immer stärker wird Darin zieht das Ego Eine große Gefahr Weil das Licht Von diesem reinen Bewusstsein Von deinem Selbst Das Licht Die Dunkelheit Vertreibt Und das Ego Lebt von der Dunkelheit Die Dunkelheit Ist die Unwissenheit Und Unwissenheit Ist Alles was vergänglich ist Alles kommt Und was geht Das ist unwissend Und das was nicht geht Und was immer bleibt Das ist die wahre Liebe Das ist dein Selbst Und alles Was du erfährst Mit deinen Freunden Hallo Elke Grüße dich auch Guten Abend Lieber Ernst Peter Schreibt er Elke Die liebe Elke Gerald ist auch da Sehr schön Freue mich Ramona Toll Clemens Wunderbar Alex Jagau Habe ich schon erwähnt Elke Ja alle seid Ganz herzlich willkommen Und gerne könnt ihr Immer Das wisst ihr Eure eigenen Erfahrungen Zum Ausdruck bringen Und auch sagen Ob ihr euch In meinen Worten Wiederseht Oder ob ihr euch Teilweise wiederseht Oder ob ihr da Ganz im Widerstand mit seid Könnt ihr alles machen Weil alles Auch der Widerstand Ist ein Ausdruck Der wahren Liebe Aber wie gesagt Das ist eine Vermischung Eine Vermischung Von der wahren Liebe Mit dem Ego Von dem Ego Das nichts am Hut hat Nichts am Hut hat Mit der wahren Liebe Denn all diese Beschimpfungen Die wir immer hören Von den Ego Menschen Dass du arrogant bist Alles das Was ein Ego Mensch Ja ganz gut Das ist ganz gut Alles was der Ego Mensch Ausdrückt Auch im Negativen Zum Beispiel Indem er dich beschimpft Und sagt Du bist ein Egoist Oder dich bezichtigt Du bist nur ein Prediger Und du bist unsozial Du siehst nur immer Nur dich Du willst immer nur Dein Wissen Zum Besten geben Damit du Anerkennung bekommst Das ist interessant Schaut mal Wie das bei euch ist Mit euren Freunden Wenn die so Auf euch Einschimpfen Auf euch Negativ Wirken Warum das so ist Meine Erfahrung ist Ein Ego Mensch Kann gar nicht anders Der sieht Nicht ein Dass alles das Was er sagt Er selber ist Das versteht er nicht Der projiziert All seine negativen Gedanken Seine negativen Gefühle Seine negativen Erfahrungen Auf seinen Freund Oder auf seine Eltern Oder Menschen Die ihm nahe sind Und wenn er niemanden hat Dann sucht er sich Hängende Ringen Irgendjemanden Wo er seinen Dampf Ablassen kann Weil er kann das Gar nicht für sich Alleine behalten Weil er ist nicht In der Lage Er ist nicht in der Lage Mit seinen Problemen Umzugehen Oder mit seinen Problemen Alleine zu sein Und sie zu klären Der ist nicht Im Hier und Jetzt Der ist nicht In der Präsent Der ist Einfach nur In seinem Ego Gefangen Und da sieht er nur Die Schuldigen Immer in den anderen Der kann noch So viele Beziehungen Haben Und all die Probleme Die er in den Beziehungen Hat Sieht er nur Sieht die Schuld Nur in dem anderen Der kommt gar nicht Auf die Idee Dass alles Was er sieht Und was er hört Was er schmeckt Dass es alles In Abhängigkeit Von seinem eigenen Bewusstsein ist Wenn ein Ego Mensch Bestimmte Frequenz Hat Und alles nur Aus der niedrigen Frequenz Negativ sieht Dann sieht er Die ganze Welt Alles ist irgendwo Negativ Ab und zu mal Was Positives Oder auch immer So ein Wechsel Zwischen Positiv Und Negativ Aber Er erkennt Nicht wirklich Dass er sich Selbst immer Auch in dem Anderen sieht Er sieht Sich nicht Selbst In dem Anderen Er sieht Den Anderen Immer getrennt Von sich Kommt gar nicht Auf die Idee Dass er keine Trennung ist Ego Trennt Liebe Vereint Und ein Ego-Mensch Kann deshalb Gar nicht In der wahren Liebe sein Weil er ist Immer In der Trennung Er trennt Sie von seinen Freunden Während die Freunde Nicht sein Ego Füttern Oder er zieht Sie von seinen Freunden zurück Weil er es Nicht mehr Aushält Oh Ich halte das Nicht mehr Aus Das will Mir einfach Zu viel Du bist Immer der Lehrer Und wirst Mich Belehren Und ich Will das Nicht mehr Hören Ich weiß Das alles Selbst Viel Besser Als du Lass mich Zufrieden Lass mich In Ruhe Ich halte Es Nicht Aus Und was Bleibt Er muss Die Flucht Ergreifen Weil Jemand Der Im Sein Gegründet Ist Und jemand Der Auf der Seite Der Wahrheit Ist Der Kann Nicht Anders Als Die Wahrheit Verkünden Und wenn Jemand Immer Auf der Ego Seite Ist Und er Kommt Mit Jemand Zusammen Ist Egal Wer Es Ist Und er Spricht Immer Nur Von Der Wahrheit Denn Ist Der Andere Für ihn uninteressant Weil Der Ego Mensch Möchte Seine Bestätigung Haben von der Transzendenz, von der Möglichkeit zu erwachen oder zur Erleuchtung zu gelangen, wenn da die Offenheit da ist, dann kann durchaus ein wunderbarer Austausch zwischen jetzt dem Ego-Menschen und von dem, der vielleicht auch noch im Ego ist oder von dem, der schon ein paar Schritte weiter ist in seiner Entwicklung. Das ist keine Bewertung. Das ist absolut keine Bewertung. Der Ego-Mensch würde daraus wieder sagen, ah, du meinst, du bist besser als ich, du meinst, du bist höher entwickelt als ich, dabei bist du selbst voll im Ego. Ja, das würde der Ego-Mensch sagen, weil er nicht diese Offenheit hat vom reinen Bewusstsein. Im reinen Bewusstsein ist der Ego-Mensch im reinen Bewusstsein, da muss ich sagen, da gibt es kein Ego, da gibt es kein Ego-Mensch mehr. Da gibt es kein Jemand, der im Widerstand ist. Da gibt es kein Jemand mehr. Dieser Ego-Mensch, der hat sich, wenn er im reinen Bewusstsein ist, den gibt es ja nicht, denn da gibt es dieses persönliche Ego nicht mehr. Dieser Jemand, der immer beleidigt ist, immer im Widerstand ist, immer in dieser Ping-Pong-Rolle drin ist, immer kämpfen will, immer am Rumjammern ist, der Jemand, der ist nicht mehr da. Und die Folge ist, stille. Und wenn sein Freund, jetzt der Ego-Mensch, aufgewacht ist und sein Freund ist noch im Ego, den würde er nicht mehr bekämpfen. Mit dem würde er nicht im Widerstand gehen. Weil die Stille ist dann so stark, die Wachheit ist so groß, die Präsenz ist so ausgeprägt, dass man alles als Ausdruck seiner Selbst erkennt. Das heißt, der Freund ist nicht mehr so stark getrennt von einem. Und was verbindet jetzt den Freund, den erwachten Freund, mit dem noch mehr im Ego-Menschen? Die Liebe. Und wenn die miteinander sind, dann wird der Nicht-Erwachte ganz schnell erwachen. Weil die Liebe ist so förderlich und so beglückend, dass es eine Freude ist, mit jemandem zu sein, der schon mehr erwacht ist oder auch schon ganz erwacht ist. Also man muss sie nicht trennen oder weglaufen oder sich zurückziehen und sagen, ich bin, das finde ich zu viel. Das macht nur das Ego. Das Ego haut einen Hörer auf die Gabel und sagt, nein, ich will nicht mehr, du gehst mal auf den Geist. Ich habe genug von dir, von deinen Predigen. Das ist das Ego. Elke. Warte mal. Elke, ich finde mich mit den Worten in einer Einheit. Ganz schön, liebe Elke. Darum geht es auch. Auch in unseren Worten, auch in unserem Hiersein, dass wir immer mehr, egal was ich jetzt sage oder was du sagst, was du schreibst und so, dass wir erkennen in uns und miteinander, dass wir nicht getrennt sind voneinander. Und das können wir nur sagen, wenn das Ego nicht mehr so die Vorherrschaft hat. Wenn das Ego Vorherrschaft hat, wenn das Ego so stark ist, ja, dann können wir das auch nur anerkennen und sagen, okay, irgendwann wird es weniger und dann werden wir auch wieder mehr in Liebe uns begegnen können. Aber hier, liebe Elke und all die anderen jetzt hier, ihr könnt ja nur hier sein, weil ihr nicht mehr im Ego seid oder weil ihr nicht mehr so stark im Ego seid. Wäre das Ego stark, dann würdet ihr nicht hier sein, weil keiner kann das hören, was ich hier sage, der noch stark im Ego verankert ist. Weil das Ego will das nicht. Und deshalb gibt es auch immer nur ein paar Leute, Leute, die wirklich offen sind für die Wahrheit, für die wahre Liebe, weil die meisten sind so stark in ihrem Ego und nicht so wenig bereit, mal aus ihrem Ego zu kommen. Und deshalb ist die Welt heute so, wie sie ist. Kaputt. Durcheinander. Chaotisch. Weil die Welt, also die Weltfamilie, sich so ganz von den Worten Gottes, von den Gesetzen Gottes, von den Gesetzen der Evolution, die uns in den Himmel bringen wollen, entfernt haben. Ramona, ja, da gebe ich dir recht, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ganz wunderschön. Danke, liebe Ramona. Ganz wunderbar, dass du das auch so siehst und auch deine Erfahrungen gemacht hast. Das geht uns genauso, wenn wir hier sind, wenn ich darüber spreche und so, da geht es immer, immer um die eigenen Erfahrungen. Auch wenn ich jetzt das so über Beziehungen sage, über die wahre Liebe, das geht darum, welche Erfahrungen machst du? Ich habe jetzt diese Erfahrungen gemacht und welche Erfahrungen machst du? Und genauso mit, wenn wir sprechen jetzt so oder so Überlegungen haben, über höhere Bewusstseinszustände oder über das Erwachen oder über die Erleuchtung, da geht es immer darum, zu erkennen bei sich selbst, wo stehe ich jetzt damit? Welche Erfahrungen mache ich da? Was kann ich noch alles erfahren? Und dann weitergehen auf seinem Weg zur Erleuchtung. Denn Elke schreibt, wenn man in dem Bewusstsein lebt, gibt es kein Problem. Ganz wunderbar, ganz, egal mit wem, es gibt kein Problem. Da gibt es auch kein Weglaufen, kein Verdrängen. Man ist einfach mit dem, was ist. Aber das heißt nicht, das heißt also aber nicht, dass wenn jemand, du bist so, liebe Elke, ganz in diesem Bewusstsein und angenommen, du hast einen Partner und der ist überhaupt nicht offen und der ist immer nur am Nörgeln, immer nur negativ, immer nur auf der negativen Seite des Lebens, das tut dir deinen Ausdruck, deinen göttlichen Ausdruck nicht gut. Natürlich, wenn da Offenheit ist, dann sieht man ja eine Chance, dass der Partner oder der Freund aus dem Ego herauskommt, weil er ist dann ja bemüht, auch wenn es nicht gleich klappt, so nicht, er wird immer wieder auf seine Egoschiene kommen, aber wenn er wirklich offen ist und bemüht ist, auch in die Erleuchtung zu kommen, auch die Entwicklung von höheren Bewusstseinszuständen zu durchlaufen, um dann in die Erleuchtung zu kommen, wo es nur das eine Bewusstsein gibt, wo es keine zwei mehr gibt, wo es nur noch diese Einheit ist, wenn er dazu bereit ist, ganz wunderbar, und dann bist du ein Engel für ihn, dann bist du für ihn ein Licht, dann bist du der Wegweiser für ihn, der würde, und wenn er diese Offenheit hat, liebe Elke, dann wird er dich nicht bekämpfen, der wird nicht im Widerstand mit dir immer sein, vielleicht manchmal, aber nicht immer, vielleicht zu 50 Prozent oder vielleicht auch zu 70 Prozent, aber auf der anderen Seite merkt du, boah, der hat auch so schöne Seiten und öffnet sich immer mehr, und wenn du da eine Entwicklung siehst, dann wirst du sehen, dann gehen die 70 Prozent zurück auf 60 Prozent, 50 Prozent, 40 Prozent, und er wird immer liebevoller und freundlicher und netter zu dir sein, und ihr werdet sehen, ihr könnt gemeinsam dann den Weg des Göttlichen gehen, das heißt, den Weg des Lichtes gehen. Denn ich lese dir nochmal vor, was Elke gesagt hat, da fehlt dir was, wenn man in dem Bewusstsein lebt, gibt es kein Problem, nur im Geistesverstand. Weißt du, Elke, wenn du in diesem Bewusstsein lebst, dann ist dein Geistesverstand auch in diesem Bewusstsein. Dein persönlicher Geist hat sich denn zum kosmischen Geist transformiert. Du bist nicht mehr in diesem persönlichen Geist, der immer negativ ist und voller Begrenzung ist, sondern dieser Ego-Geist, den gibt es dann nicht mehr. Das ist das, was ich auch sagte, dich gibt es nicht mehr, also diese Person, Elke, die Elke gibt es nicht mehr, wenn dein Geist sich transformiert hat vom persönlichen Bewusstsein in das kosmische Bewusstsein. Du hast dich dann total transformiert. Und das ist das ja, das ist der erste große Meilenstein vor der großen Erleuchtung. Das heißt, wir nennen das kosmisches Bewusstsein und da bist du immer in diesem kosmischen Geist, ohne Ego, frei vom Ego. Vielleicht am Anfang so, bis hin zum Gottesbewusstsein wird noch immer vielleicht eine kleine Spur vom Ego da sein, aber dadurch, dass du so bewusst bist, du bist ja, du verlierst deine Bewusstheit denn nicht mehr und alles, was denn noch an Negativität, weil noch vielleicht Samskaras, so Eindruck aus der Vergangenheit, noch Restkarma da ist und sich jetzt auflöst, aber durch dein Bewusstsein, durch deine Wachheit, durch deine Wachheit, durch dein ruhevolles Bewusstsein löst sich das ohne dein Tun von alleine auf. Das ist so wie das Licht und dein Bewusstsein ist das Licht und die Dunkelheit wird dadurch beseitigt. Und deshalb kann dein Partner zum Beispiel oder dein Freund oder andere Leute können sich völlig transformieren, wenn du in diesem Reihenbewusstsein bist und wenn sie dieses Licht von dir zulassen. Ganz wunderbar. Ja, Elke, es gibt keine Trennung, wenn, letztendlich gibt es keine Trennung, das gibt nur dieses eine absolute Bewusstsein, wo wir alle eins miteinander sind, im Brahmanbewusstsein. Das nennen wir Brahmanbewusstsein, dass alles, du mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deiner Umgebung, das ist keine Trennung. Alles ist eins. Aber auf dem Weg, sag mal so, ich bin immer ein bisschen dafür, dass wir nicht jetzt so direkt mit Vedanta, wo es darum geht, es gibt nur dieses eine Bewusstsein, beginnen, sondern wir beginnen in unserem Denken hier, da, wo wir sind. Und wenn jemand noch im Ego ist, dann macht es keinen Sinn, darauf zu verharren, dein Ego gibt es nicht, deine Handlung gibt es nicht, dich gibt es gar nicht. Und dann wird der Ego-Mensch dann sagen, hör mal, wenn ich jetzt meine Hand ins Feuer halte, dann schreie ich aber aua, aua. Und das wird, dann kannst du so viel sagen, wie du willst, das Feuer gibt es nicht, doch für mich gibt es das Feuer. Als Beispiel. Und so ist es gut, auch gerade auf dem Spiritellen, im Spiritellen, zu erkennen, solange wir noch nicht erleuchtet sind, gibt es einen Weg, um dort hinzukommen. Und da haben wir dann, da sagen wir, ja, das ist das Ego, und dann ist das reine Bewusstsein, das transzentrale Bewusstsein, wenn wir jetzt meditieren, dann tauchen wir ein, in das transzentrale Bewusstsein, und dann machst du schon mal die Erfahrung von der Erleuchtung. Da, wo kein Ego mehr ist und wo dein Partner nicht mehr ist, deine Kinder, deine Umgebung, alles ist weg. Und das ist, das bist du. Völlig richtig. Aber dann kommen wir wieder raus und dann, oh, wo ist meine Erleuchtung geblieben? Ja, und deshalb sprechen wir mal davon so, nicht am Anfang, haben wir die Begrenzung, die in Wahrheit nicht sind. Das sind alles Illusionen, aber wir sind, wir sind der Körper, unser Denken, unser Fühlen, ist eine Illusion. Aber, jetzt macht es keinen Sinn, zu sagen, ja, die Illusion gibt es nicht und ist alles Quatsch nicht, vergiss das mal, was viele Art weiter Lehrer machen, aber das sehe ich nicht als große Hilfe an. Und deshalb müssen wir den Dornen in der Haut mit dem Dornen beseitigen. Das heißt, wenn wir Negativität in uns haben, dann sagen wir, ja, wenn unser Nervensystem noch nicht in dem Zustand von von der Ruhe, von der Ruhevollen Wachheit ist, wenn unser Nervensystem noch nicht die Stille des Seins, die Stille des Absoluten, reflektieren kann, weil es so belastet ist mit Blockaden, mit Traumata, mit negativen Eindrücken aus der Vergangenheit. Solange das nicht der Fall ist, das Nervensystem rein, fein und gut funktioniert, müssen wir doch betrachten, auch unseren Verstand, dass wir sagen, wir gehen Schritte, um uns dem Absoluten zu nähren. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wo das Absolute, wir erkennen, wir sind das Absolute, da können wir dann die Sprache von hat weiter sprechen und sagen, ja, alles ist eins, da gibt es keine Trennung. Dann schreibt Elke weiter, mein Partner kommt immer mehr raus aus dem Ego. Ganz wunderbar, Elke, das ist das, was ich sagte, du bringst das Licht und dein Partner kommt immer, wie du es selbst ausdrückst, mehr aus dem Ego. Und das ist so schön und ich bin auch überzeugt davon, dass dein Partner offen ist für deine Worte, die du zu ihm sagst, für dein Licht, was du ihm bringst, was du ihm schenkst, ohne es schenken zu wollen. Denn wenn du dieses Licht in dir realisiert hast, dann bist du aus dem Willen heraus, etwas zu geben oder etwas machen zu müssen oder etwas tun zu müssen. Das geht nicht, weil du gar nicht mehr da bist. Dieses Ego ist nicht mehr da. Das Ego will immer etwas erreichen, will Erleuchtung haben, möchte jemanden beglücken, möchte Liebe schenken. Alles fällt weg, wenn du in dir selbst realisierst, dass du das Selbst bist und das Selbst ist nicht der Handelnde. Das heißt, du bist nicht der Handelnde. Du musst nicht jemandem Liebe geben. Aber dadurch, dass du realisiert hast, wer du bist, bist du die reine Liebe und alles, alles, was du tust, was du denkst und fühlst, kommt jetzt aus dieser reinen Liebe und alles wird gefördert von dieser wahren Liebe. Deine Gedanken haben ihren Boden in der wahren Liebe. Deine Gefühle haben ihren Boden in der wahren Liebe. Dein Geruch, dein Geschmack, alles, deine Handlungen haben ihren Boden, ihre Grundlage in der wahren Liebe. Und das ist wunderschön. Und was du erkennen kannst, denn im Äußeren, ohne dass du dich als den Macher, den Handelnden siehst, alles erhält, wie du es bei deinem Partner erfährst, er kommt mehr aus seinem Ego raus, alles erhält durch deine Präsenz, durch deine Gegenwart. Ohne das Denken. Ohne irgendwelche Gedanken, ich muss was tun, ich muss etwas erreichen, ich muss die Welt zur Erleuchtung bringen oder ich muss dies und jenes machen. Alles fällt weg. Und wenn solche Gedanken doch aufkommen, dann sind die höchst wahrhaftig. Dann sind die höchst im Einklang mit dem göttlichen Willen. Denn sind die höchst förderlich für deine Umgebung. Ja, so sehe ich das auch. Es ist so schön. Ja, Elke, ich danke dir für deinen wunderbaren Beitrag. Da hast du das nochmal mit deinen eigenen Worten ausgedrückt und ergänzt und bestätigt. Es ist so schön. Da ist so die Fülle drin. Da ist die wahre Liebe drin. Es ist so schön. Ja, und das Leben ist so schön. Das Leben ist so erfüllend. Das Leben ist so beglückend. Und in dieser Schönheit des Lebens, da kann kein Virus dran rütteln. Da können nicht die Gedanken deines Freundes, der negativ vielleicht über dich denkt oder irgendwas sagt, Negatives, auch mit anderen negativ über dich spricht oder so. Davon bleibst du denn unberührt. Du bleibst die Stille, die du bist. Die Stille ist dicht antastbar. Das, was du bist. Du bist die Stille. Du bist der Friede. Du bist die Liebe. Und wenn du das noch nicht so klar siehst, jetzt im Augenblick, oder fühlst, erfährst, macht gar nichts. Du bist der, die, wie es gerade ist, wie du gerade bist. Und da anzufangen und da mit zu sein und das auch zu lieben. Selbst dein Ego in die Arme nehmen und zu sagen, du, ich liebe dich und ich möchte deine Wünsche alle erfüllen. Alles großartig. Und wenn du in Liebe mit deinem Ego bist, dann wirst du erfahren, erfahren, dass dein Ego dir Raum gibt. Raum für mehr Liebe. Und dann dieses Ego, genau genommen, wir müssen gar nicht so denken, dass wir das Ego weg haben wollen. Nein. Lass das Ego doch das Ego sein. Das Ego möchte doch leben. Wir haben Ego, damit wir unser persönliches Leben zur Entfaltung bringen. Und wenn wir unser persönliches Leben zur Entfaltung bringen, selbst wenn du meditierst, da kannst du deinem Ego dankbar sein. Es hat dich dazu gebracht, dass du jetzt meditierst. Und wenn du nette Worte sagst, wunderbar, dein Ego hat dich dazu gebracht, dass du nette Worte sagst. Also wir müssen uns nicht nur mit dem Negativen des Egos beschäftigen. Nein, wir können auch mal die Aufmerksamkeit auf die positive Seite des Egos lenken. Und das ist das Ego kein Hindernis, sondern förderlich für unsere Entwicklung. Und was passiert? Unser Ego wird riesengroß. Das Ego wird riesengroß, wenn wir ganz still werden. Und dann wandelt sich unser kleines Ego in das große Ego um. Und das große Ego ist das kosmische Ego. Also wir können jetzt unterscheiden zwischen einem persönlichen Ego, was immer nur an sich denkt und so und möchte alles nur für sich gut haben und schön haben und verdrängt dann so ein bisschen seine Freunde, seine Liebsten, seine Eltern, seine Geschwister und so. Und einfach, weil es immer nur sich selbst sieht, das kleine Selbst. Aber wenn dieses kleine Selbst sich jetzt transformiert zu dem großen, unendlichen, unbegrenzten Selbst, was das reine Bewusstsein ist, das große Selbst, der reine Geist ist, dann wandelt sich dieses kleine Ego zum kosmischen Ego. Also, jemanden zu bekämpfen, unser Ego zu bekämpfen, das führt nur dazu, dass dieses Negative von unserem Ego noch stärker wird. Gehen wir in die Liebe mit dem Ego, dann transformieren wir das Ego mehr und mehr, Schritt für Schritt in das kosmische Ego. Und das ist wunderbar. Und dann hast du Gedanken über die gesamte Menschheit, dann hast du Gedanken darüber, dass du die ganze Menschheit die wahre Liebe schenken möchtest. Dann hast du Gedanken darüber, dass du die ganze Erde erneuern möchtest. Das altes Negative, was wir jetzt momentan so in den Regierungen, in der Wirtschaft, in der Angst, überall, was so sich breit macht, mehr und mehr, das zu transformieren in das göttliche Licht, wo es keine Viren gibt, wo es keine Zweifel gibt, wo es keine Probleme gibt, wo es keine Hindernisse gibt. alles transformieren zum Schönen. Und wir können, zum Abschluss, wir können die Welt, jeder von uns, kann die Welt zum Guten transformieren. Damit die Welt, auch die Weltfamilie, zum Guten transformieren. Damit die Welt im Licht erscheint. Damit die Welt den Himmel auf Erden erfährt. So wie wir. Genauso, wenn wir jetzt erwachen oder erleuchtet sind, dann erfahren wir den Himmel auf Erden. Weil all das Negative hat in unserem Bewusstsein keinen Raum mehr. Wir sind das wahre Licht. Wir sind das wahre Wissen. Peter, auch das Negative hat immer eine positive Seite. Ja, ganz schön. Das Negative könnte gar nicht existieren, wenn nicht auch die positive Seite da wäre. Deshalb auch immer dieser Wechsel, auch in der Beziehung. Wir können das schon erleben, dass da jemand so, manchmal so ein bisschen mehr negativ ist oder auch mehr positiv ist. Möchte auch beide Seiten betonen. Kann genauso sein, dass dein Partner zu 70% positiv ist und 30% negativ. Und das ist doch wunderbar. Und das Positive wird dann immer mehr. Wenn du deiner Aufmerksamkeit dem Positiven mehr Gewicht gibst, dann wirst du sehen, dass das Negative von alleine wegfällt, ohne dass du den anderen das Negative vor die Nase halten musst. Also Peter schreibt jetzt, auch das Negative hat immer eine positive Seite, die Gleichgewichte, die unsere Vorfahren erleben mussten, haben uns eine fantastische Zukunft möglich werden lassen. Ganz wunderbar. Link. Ta Hermes Ganymed und die Größe aus der Badewanne war heute mal schön. Wir sind eins. Ja, wir sind eins. Genau. Wir müssen uns nicht auf die Vergangenheit beziehen. Die Vergangenheit verschwindet in der Präsenz. Und wenn du in der Präsenz bist, ist kein Ego. Und wenn du in der Präsenz bist, dann bist du automatisch ganz in der Positivität. Weil die Präsenz ist die wahre Liebe. Und die wahre Liebe, die ist immer positiv. Selbst wenn die wahre Liebe mal dem Kind einen Klaps auf den Po gibt, dann ist das ein Klaps aus der Liebe, damit das Kind in der Liebe wächst. Peter, Wahrheit, Toleranz, Gemeinschaft. Ja, all diese Dinge, viele Leute arbeiten für die Wahrheit, viele Leute arbeiten für die Toleranz, viele Leute arbeiten, um positiv zu sein, positives Denken und so, machen Kurse, alles Mögliche. Brauchen wir alles gar nicht. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen gar nicht daran denken, unser Ego positiv zu stimmen. Wir müssen nicht daran denken, immer liebevoll zu sein oder nett zu sein oder hilfsbereit zu sein und in Demut zu sein, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein. Das sind alles Formen, die von der Religion, von der Kirche oder von Bibel überall so mehr betont werden oder auch leiden, nicht so, wir müssen leiden, um ins Himmelreich zu kommen. All das, diese Gedanken, die fallen von uns ab, wenn wir in der Präsenz sind. Wir müssen auch nicht an irgendetwas glauben. Es ist gar nicht notwendig, an irgendetwas zu glauben, weil all dieser Glaube fällt von uns ab, wenn wir im Wissen sind. Wenn wir im Wissen sind, dann machen wir nichts und wir sind in der Wahrheit, wir sind in der Toleranz, wir sind im Frieden, wir sind in der Anerkennung, wir sind in der Wertschätzung. All diese Dinge, die wir gerne haben, ja, Peter sagt, nein, wir müssen die Vergangenheit verstehen. Weißt du, Peter, wenn du in der Stille bist, dann kannst du so oft drüber nachdenken, über die Vergangenheit, die ist nicht da. Die Vergangenheit ist nur noch da, wenn Samskaras in deinem Nervensystem sind, wenn noch die Erinnerung an die Vergangenheit da ist und dann ist sie vielleicht wichtig und bedeutsam für dich, aber sie hilft dir keinen Schritt weiter, um in die Positivität zu kommen. Ach hier, Ramona, sehr schön. Niemals habe ich meinem Kind die Hand ausgeholt. Guck mal, ganz schön. Ist auch gar nicht notwendig, wenn du in der Liebe bist, denn spüren deine Kinder die Liebe und du bist in einem Beispiel, du gehst mit gutem Beispiel voran, wie man das Leben sieht, wie man das Leben begegnet, auch die Gefahren, wie man die Gefahren begegnet. Du wirst immer aus der Liebe heraus handeln und dann handelst du richtig. Und selbst wenn es...